Am Anfang war die Tat oder anders gesagt die Handlung. Annika, kannst du deine Mahlzeiten gestern beschreiben? Wo hast du gegessen und was hast du gegessen? Zum Beispiel, was hast du gestern zum Frühstück gegessen? Zum Frühstück. Hm, was habe ich gestern zum Frühstück gegessen? Ach ja, Frühstück habe ich zu Hause mit meiner Oma gegessen. Ah ja? Habt ihr euch unterhalten? Nein. Nein? Nein. Ja, ich habe versucht mit ihr zu reden. Ich wollte ihr etwas von meinem Wochenende erzählen. Oma, am Wochenende bin ich in die Stadt gefahren, aber... Aber? Aber sie ist eingeschlafen. Ach so? Hm. Oma? Zum Mittagessen. Und wo warst du zum Mittagessen? Am Imbiss. Ach so? Ja, genau. Am Imbiss. Am Imbiss. Und was hast du gegessen? Ich wollte Currywurst mit Pommes bestellen. Hallo. Bitteschön. Ich hätte gern die Currywurst mit Pommes. Aber die Currywurst war alle. Ach so. Ach, tut mir leid. Die Currywurst ist alle. Oh nein. Dann nehme ich die Bratwurst. Kommt sofort. Dankeschön. Zum Abendessen. Und wo hast du zum Abendessen gegessen? Zum Abendessen? Ja, zum Abendessen bin ich ins Restaurant mit John gegangen. Ach ja, John? Er ist ein Tutor bei uns. Ja, richtig. Und hat es geschmeckt? Ja. Hat es geschmeckt? Danke. Sehr gut. Ja, danke. Gut. Danach gab es Nachtisch. John hat keinen Nachtisch bestellt. Aber ich, ich habe Nachtisch bestellt. Wollen Sie einen Nachtisch bestellen? Ich nicht. Ich nehme einen Kaffee. Und du? Was bieten Sie denn an? Wir bieten heute Apfelstrudel an. Oh, Apfelstrudel. Lecker. Ja. Ja. Und dann haben wir uns lange über Obst unterhalten. Über Obst? Ja, über Obst. Ich esse gern Banane. Aber ich esse lieber Pampelmusen. Pampelmusen? Aha. Bananen mag ich nicht. Pampelmusen? Das ist okay. Okay? Ja. Nur okay? Nur okay. Ich mag lieber Himbeeren. Ja? Wirklich? Ja, Himbeeren. Und warum? Und dann wollten wir endlich bezahlen. Ah ja. Kälnerin, zahlen bitte. Wollen Sie getrennt oder zusammen zahlen? Wie bitte? Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. John freut sich. Annika bezahlt alles zusammen. Okay, ich bring die Rechnung sofort. Also. Mit den Himben. Oh. Mensch. Das war wirklich schnell. So. Das macht 29,20 Euro. 30 Euro. Stimmt so. Ach, vielen Dank. Das Ende. Du bist noch nicht. Du bist noch nicht. Matsch. Du bist noch nicht vertrengst. Du kannst mich aufhören. Vielen Dank.